Mein Name ist Andreas Gehrig. Ich bin von Basel. Ich war während 25 Jahren in der Transport- und Logistikbranche tätig. Ich bin seit Mai 2004 selbstständig mit der Gründung der Firma Medikurier GmbH. Ich habe die Firma Medikurier GmbH im Mai 2004 gegründet. Wir sind ein KMU-Betrieb in Muttens, Basel-Land und beschäftigen zurzeit 15 Personen. Wie der Name sagt, sind wir mehrheitlich in der Logistik und Transport von medizinischen Gietern tätig. Zu unserer Kundschaft zählen Blutinstitute, Spidäler und Pathologieunternehmen. Ausserdem sind wir auch im Dokumententransport tätig. Wir arbeiten auch für Versicherungen, Banken und Chemieunternehmen. Aufgrund meiner früheren Tätigkeit in der Logistikbranche sind wir auch im Express-Service von kleineren Gietern innerhalb der Schweiz tätig.